und es ist wieder soweit neue roofless vlog sind gerade am weg auf die donauinsel ran an den speck letzten winter waren wir hier schon mal und der dom hat eine kombo versucht diesmal versucht er die kombo ab zu graden und wenn er das schafft wird das geil junge 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 es ist eiskalt leute ja das wetter ist auf tunterniveau sibirisch wir sind hier am start den spot kennt ihr vom ersten roofless vlog fast schon sentimentale stimmung gerade bei uns und ich versuche jetzt die kombo von damals also pre 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 und dann noch ein frontflip ja ich versucht die kombo abzugraden hier ein kurzer einspieler von damals ich werde heute nichts tun ich habe leider mein oberschenkelmuskel leicht gezerrt also werde ich heute pause machen aber ich bin zur unterstützung da um den ehrenbruder dominik beizustehen bei dieser absolut geilen kombo bock leite bock so ich teste mich jetzt mal schritt für schritt dann die kombo ran das heißt zuerst mal den ersten free dann free free und wenn das klappt dann noch auf die hinterste macht ja das wird heute auf jeden fall geschallert besser als gedacht beim ersten muss ich ziemlich viel kraft geben damit ich da noch schön in den prior kommt und jetzt verkleiden wir gleich die letzte landung noch mit grip tape damit ich auch da guten halt habe so muss es wir haben grip tape angebracht weil das bisschen rutschig hier ist wirklich rutschig sein großvater man kann es hier gerade nicht sehen aber ja hier ist reichlich schlick oben das haben wir schon angebracht unten ist auch was geheimtipp nummer eins domi hat schon eine spezielle technik zum aufkleben perfekt jetzt jage ich mich als prep hin auf den frontflip runter bin ja nicht zu der flipper bei mir geht das nicht einfach so in der kombo ich muss das immer davor einmal geprept haben gar kein bock mich da jetzt runter zu schmeißen die wiese ist nass aber jetzt führt kein weg da noch nicht den frontflip gemacht aber den nächsten harter da habe ich mich mal überwunden da muss ich beim ersten folglas geben und dann geht's eigentlich geil wie würden sie das auch schaffen das hoffen wir auch jeden Tag so muss das gemacht werden jetzt bislang so die kombo ist im sack ja meine beine sind jetzt ziemlich erledigt das heißt das war's wahrscheinlich für heute wir schauen jetzt noch zum spot vielleicht geht da noch was vielleicht aber auch nicht und ja ansonsten bis morgen so liebe freunde der volksmusik das wetter ist halt komplett mies deswegen haben wir uns in dieses loch hier verzogen die garage man sehen kann alles nass das schöne an dem spot ist es wenigstens warm patrick ist auch gleich da redou schon hardcore aufwärmen und bei marcel brennen die waden schon diese kleine challenge hier probiert und zwar hier an diesem rohr in deiner hand festhalten los geht's hat sie ja das hat schon mal gut ausgeschaut so wir haben weg gefunden ok das war ein neuer rekord oh yes yes der war schon länger gehalten ob wir so mit wein klettern das geht leichter das rohr der offenbarung komm 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 oh ja oh ja geil den nächsten hast ja 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 den hast du mal drehen und da ist er mit 20 minuten verspätung das beste kommt zum schluss meine freunde so der patrick probiert jetzt gleich mal die heng challenge selbst ein erfahrener kletterer wie der patrick schafft das anscheinend nicht da kommt was rüssiges raus das ist entsetzt ja wir 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 Komm! Yes! Komm! Yes! Komm! Komm! Yes! 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 Oh, ja! Oh, ja! Yes! Das war typisch ein Großvater! Yes! So, das Wetter sieht schon besser aus mit dem Spotzimmer eindeutig durch. Schauen wir mal, ob wir irgendwelche dockenen Spots finden. So Leute, das war's für heute. Wir haben leider nichts mehr gefunden. Also geht's jetzt weiter mit einem kleinen Vlog-Ausschnitt von einer fetten Katze, die der Domi probiert hat. Also wir sehen uns morgen bei der Katze. Der Domi hat was Spezielles vor. Und zwar eine sehr weite Katze. Ich zeig sie euch mal. Hier. Anlaufen. Zack. Katze dahin. Er hat's schon mal probiert, hat's aber leider nicht sticken können. Nur der Bounceback war drinnen. Heute sind wir zurück und heute holt er sich das. Insert clip hier. Wir haben einen Karton mitgenommen, falls der Anlauf zu rutschig ist. Karton wird aus Holz gewonnen. Und Holz wächst wieder nach. Durch richtiges Recycling wird aus Karton. Karton. Aber das kann man nicht bleiben. Ich zeig euch mal den Anlauf von der Katze. So, der Karton ist jetzt platziert. Wumm. Und hier rüber geht's dann. Auf geht's ins Warm-Up. Jetzt geht's nicht raus. Ich glaub ich probier's gleich mit Reichter, wenn der Anlauf ist verbraucht. Ja. Irgendwie rutscht das. Probier's vielleicht ohne. Ich weiß nicht. Ich glaub ich mach's vielleicht doch lieber ohne. Weil hier ist die Wiese eh trocken. Ja. Nicht ganz trocken. Das ist glaub ich auch nur die Stelle. Schau, der Karton ist auch trocken. Weg mit dem Dreck. Damit wir den Staub hier noch entfernen. Die Bürste. Für den richtigen Grip. In jeder Tankstelle erhältlich. Ja gut. Der Prezi alleine ist schon ein sehr zares Ding. Sehr weit. Weil die Katze ist echt apathic. Das Ding ist im Kasten. Ich bin erleichtert. Und das wird jetzt entsorgt. Wir haben wieder mal vergessen das Auto zu filmen. Deshalb meine kurze Wish Version hier. Ich hoffe euch hat der Vlog gefallen. Vor allem ein paar der Leibandet Training Sessions. Abonniert und liked das Video. Die Rotz Glocke aktivieren. Vor allem bei dem Wetter. Und ja. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Vlog. Haut's rein Leute. Servus. Tschüss. Tschüss. Produ science. Bis zum nächsten Mal.